Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Heute werden wir natürlich weitermachen und ja, ich habe zwischendurch mein Spiel gespielt, aber es lief nicht so gut. Ich möchte heute den Speedrun Modus mal ausprobieren, der ist hier unten und da klicken wir mal gleich drauf. Ihr seht, da sind schon einige Sachen dabei, unter anderem, wie schnell ich das Spiel besiegen konnte. Ich würde heute gerne mal, ja, nehmen wir mal trotzdem noch die Bakterie. Wir haben da 27, 720 Tage. Das ist nicht allzu schlecht, es sind fast zwei Jahre, bis ich das Spiel mit der Bakterie zerstört habe. Und nehmen wir mal SpottyLapses, keine Ahnung. Natürlich, diesmal benutze ich den Gencode, also ich nehme noch Sachen dazu. Und ich würde sagen, Wasserbonus, Luftbonus, Landbonus. Ich glaube, wir nehmen heute einfach mal den Landbonus. Was nehmen wir hier? Sind da ziemlich viele eigentlich recht gute Sachen dabei, vor allem rote DNS, orange DNS und blaue DNS. Die beiden sind, naja, das Bonus-DNS kann euch natürlich einen super Start bereiten, indem ihr einfach am Anfang Bonus-DNS-Punkte bekommt. Automatisch zerplatzen, ja, wenn man auf normaler Geschwindigkeit spielt, dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Auch so im Spiel könnt ihr immer schnell genug draufklicken. Also liegt die Wahl zwischen den beiden, äh, zwischen den dreien hier. Rote DNS ist natürlich, wenn ihr Länder neu infiziert, ganz gut. Ähm, da kriegt ihr halt mehr Punkte. Orange DNS ist halt, wenn ihr mehr Leute in einem Land infiziert, dann kommt das auch öfters, pro Land. Ähm, da kriegt ihr natürlich sehr viel mehr Punkte. Oder blaue DNS, wenn die Leute schon angefangen haben, die Forschung zu betreiben, dann könnt ihr jedes Mal von diesen, äh, Forschungs-, blauen Forschungs-DN-, äh, von den blauen Forschungspunkten eben DNS holen. Ähm, deshalb denke ich mal, nehmen wir einfach mal das da. Wenn das nicht nötig war, dann nehmen wir beim nächsten Versuch einfach irgendwas anderes. Rückentwicklung, Bonus-DNS bei Rückentwicklung, das ist natürlich immer sehr schön. Ähm, da man eben mehr DNS-Punkte zurückbekommen kann. Statische Symptome, statische Übertragung und statische Fähigkeiten, das ist so praktisch dasselbe, nur dass eben diese drei verschiedenen Sachen, ähm, anspricht. Wir haben einmal die Symptome, die werden halt nicht teurer, aber sie sind einfacher zu heilen, was natürlich schwieriger ist später im Spiel. Äh, statische Übertragung, die Kosten von der Übertragung werden nicht über, über, erhöht, aber sie sind einfach zu heilen. Also, das ist eigentlich auch ganz gut. Und statische Fähigkeiten, ja, ich benutze nicht so viele Fähigkeiten, deshalb, ähm, würde ich das auch mal außen vor lassen. Wir haben hier auch noch statische Rückentwicklung. Die Rückentwicklungskosten erhöhen sich nicht. Ähm, das ist natürlich auch ganz gut, aber ich denke mal, wir bleiben bei Rückentwicklung. Da kriegen wir Bonus-DNS, was natürlich ganz gut ist. Hier, ja, würde ich eigentlich den Mutationsbonus nehmen, weil der zusammen mit, mit der Rückentwicklung, ähm, euch sehr viele DNS-Punkte einbringen kann. Und was nehmen wir hier? Am besten wäre natürlich Widerstandsfähigkeit, aber ich denke mal, ich nehme, ich nehme den Trockenbonus. Ähm, wir beginnen in Russland diesmal, da das für einen Speedrun sehr gut geeignet ist. Da ihr da, ja, Speedrun gestartet, ihr könnt da sehr schnell Grönland, ähm, infizieren, was natürlich sehr wichtig ist. So, das läuft gerade ein bisschen langsam ab. Bisschen zu langsam. Ist nur eine Person infiziert. Okay. Es sind erst zwei Infizierte. Ist ein bisschen komisch, dass nach über einem Monat nur eine Person infiziert ist. Und wir gehen direkt zu den Symptomen, würde ich sagen. Ähm, mal wieder Husten ist ein sehr guter Weg, um es schneller zu verbreiten. Und wir gehen zu Niesen und holen uns das auch noch. Das sind nicht allzu schlimme Symptome, sind aber, ähm, von der Ansteckungsgefahr sehr, sehr gut. Und da kann man sehr schnell, äh, Leute infizieren. So, was haben wir hier noch? Wir haben Ausschlag, wir haben Zysten. Das sind so beide sehr ansteckende Krankheiten. Äh, ich denke mal, ich nehme Ausschlag, weil Ausschlag weniger von dieser Schwere hinzufügt. Was haben wir hier noch? Lungenentzündung. Hat eine höhere Ansteckungsgefahr, ist aber ein bisschen schwerer. Brauche aber genauso viele Punkte. Also, nehmen wir einfach mal die Lungenentzündung. Sollte nicht allzu schlimm sein. Kann ja hin und wieder passieren. Es ist halt kalt dort. Da kann es einfach eine Erkältung sein. Und wir haben elf, über elf Punkte. Das heißt, wir haben uns hier Arzneimittelresistenz. Ähm, ja, die beste Rede, die es je gab. Das werde ich jetzt nicht lesen. Das ist nicht unbedingt wichtig für unsere Krankheit. Wenn ihr es sehen wollt, dann könnt ihr mal zurückspulen. So, jetzt nehmen wir Körperbausschlag. Ähm, dann haben wir eine etwas bessere Krankheit. Und ich würde sagen, ich würde mir gern Wasser einzuholen, damit wir schneller uns verteilen können. Oha, es sind über, über 4000 Leute in, in der Karibik gerade gestorben. Anämie-Symptom mutiert. Ja, ich will das nicht unbedingt. Oha, vier. Vier DNS-Punkte. Vorher waren es nur zwei. Jetzt erhalten wir einfach das Doppelte. Ähm, deshalb bringt das sehr viel was. Mutationschancen erhöht und gleichzeitig die Rückentwicklung. Ähm, ihr kriegt mehr Krankheiten und ihr könnt auch mehr Durchbruch bei Durchfallforschung. Ähm, ihr könnt halt auch mehr Sachen rückentwickeln, was halt doppelt gut ist. Ihr kriegt halt sehr viel DNS-Punkte sehr schnell. Und wir haben gerade mehrere Länder infiziert, was sehr schön ist. Und da infizieren wir noch viel mehr Länder. Jetzt würde ich die Übertragung mal ein bisschen erhöhen. Vielleicht auf Viehbestand gehen oder auf Vögel. Ich würde am liebsten erstmal Vögel machen. Dann haben wir das schon mal. So, und Vögel. Und jetzt langsame ich mal das Spiel ein bisschen. Bei den ganzen Ländern, die wir hier infizieren, könnte es langsam schwer werden, alles einzusammeln. Wir haben wieder eine Menge Punkte. Ähm, ich denk mal, ja, ich denk mal, ich nehm sogar Nagetier, weil wir haben jetzt schon einige mitteleuropäische Länder infiziert. Und dann können sich da die Bakterien durch Nagetiere eben besser verbreiten. Und wir haben noch ein paar mehr südlichere Länder. Und wir haben Grönland infiziert. Das ist sehr schön. Und wir haben wieder zwölf Punkte. Und ja, jetzt machen wir einfach Viehbestand. Wir haben fast, äh, Gesamt-Russland jetzt infiziert. So, bisschen langsamer machen, damit ich das auch alles noch bekomme. Lungenfibrose. Ah, das ist eine etwas stärkere Krankheit. Das ist sogar tödlich. Deshalb werde ich die sogar entfernen. 3 DNS-Punkte nur. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, ähm, Insekt 1, Blut 1. Ja, nehmen wir mal Insekt 1. Sollen wir schon genetische Verhärtung machen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Erstmal noch nicht. Jetzt haben wir uns noch nicht entdeckt. Deshalb sollte das bisher kein... Ich hab gerade darüber geredet. Okay. Dann holen wir uns erstmal genetische Verhärtung 1. Damit wir uns ein bisschen absichern können. Und wir haben die USA infiziert und ein paar südostasiatische Länder. Und wir haben gerade China komplett über den Haufen geworfen. Aber Indien will noch nicht so recht auf den Zug aufsteigen. Sag ich mal so. Äh, wir haben 49 DNS-Punkte. Davon hol ich mir erstmal Blut 1. Ich hab schon gesagt, dass das nicht so ein... Nicht so was wirklich tolles. Aber man braucht das einfach für die ganzen afrikanischen Länder hier unten. Und ich würde ganz gern mal was schauen hier. Der Weltverlauf. Ihr seht diese Kurve. Die muss möglichst steil sein. Und bisher läuft das auch eigentlich ganz gut. Ähm, wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass wir mehr Länder infizieren. Zum Beispiel hier Indien. Oder ein paar afrikanische Länder. Dafür... Ja, was machen wir da? Ich würde sagen, Luft 2 holen wir uns dafür. Dann können wir einerseits über Flugzeuge besser übertragen. Andererseits können wir in trockenen Gebieten besser Leute infizieren. Ja, Bedrohungsstufe erhöht. Also, die fangen jetzt langsam wirklich an, äh, die Krankheit zu erforschen. Fiebersymptom mutiert. Ja, ich weiß nicht, soll ich das wegmachen. Ähm... Ja, ist halt schon tödlich. Aber ich würde mir gern Hautläsionen holen. Hautläsionen. So. Und dann würde ich Fieber gerne wegmachen. Und wir halten zwei Punkte zurück. Wir haben jetzt eine extrem hohe Ansteckungsgefahr. Und ja, die Schwere ist halt schon ein bisschen hoch. Aber wir könnten hier zum Beispiel den, den Ausschlag wieder entfernen. Dann wird das ein bisschen weniger. Jetzt sind wir sehr viel infektiöser als zuvor. Können so schneller die ganze Welt infizieren. Und wir haben auch schon knapp ein Drittel. Schweres Erdbeben in Japan. Ist natürlich schade. Es sind einfach schon 6.500 Leute gestorben. Ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Und wir kriegen gerade Punkte wie sonst was. Australien behalmelt die Forschung führend. Äh, das wollen wir verhindern. Okay, ich werde ein bisschen verlangsamen jetzt. Australien schließt Flughäfen. Das ist natürlich doof. Äh, Lungenfibrose mal wieder mutiert. Ähm, so dieses Merkmal. Oh, wir kriegen gar keine Punkte mehr. Ähm, das ist natürlich doof. Aber ich habe es einfach trotzdem weggemacht. Und wir bekommen jetzt auch Punkte dafür, dass wir, äh, dass die Leute Forschung betreiben. Heißt, wir müssen die möglichst lange an der Forschung halten. Und holen uns einfach alle drei Genumbildungen. Die sind wieder zurück auf 7%. Also das ist, äh, sehr schön. So, und ich habe auch noch ein paar Symptome gefunden, die eigentlich ganz gut sind. Und zwar hier, Lähmung. Äh, es ist deutlich schwerer zu heilen. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was wir haben wollen. Japan beginnt zu zerfallen. Das ist, ähm, ja, schade. Tut mir sehr leid. Kann ich nicht ändern. Wir haben schon so ziemlich alle Länder jetzt infiziert. Schauen wir mal kurz nach. Ausbreitungsübersicht. Ja, wir haben alle Länder infiziert. Das ist sehr gut. Schlafstörung mutiert. Äh, Oh, das kostet jetzt sogar. Ne, das mach ich nicht. Ähm, dann können wir auch eigentlich langsam hier die Übertragung ein bisschen weniger machen. Aber ich denke mal, wir bräuchten noch alle Sachen davon. Deshalb lassen wir es erstmal. Und wir lassen es ein bisschen weiter laufen. Bis auch hier die, äh, zentralafrikanischen, westafrikanischen Länder alle infiziert sind. Und wir bekommen wie immer Schimpunkte, dadurch, dass sie Forschung betreiben. Brasilien hat kaum Infektionen. Das ist ein bisschen doof. Wir schauen noch mal kurz. Ja, der Weltverlauf stockt gerade ganz schön. Das ist natürlich doof. Aber ihr seht, die Kurve hat da einen Riesenknick drin. Ähm, da war die Infektion ziemlich niedrig. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es nicht nochmal passiert. Also müssen die Leute möglichst, möglichst schnell infizieren. Ausschlagsymptom mutiert. Ja, ich kann das jetzt leider nicht mehr wegmachen. Äh, wir brauchen hier Brasilien. Aber fast die ganze Welt ist infiziert. Dann können wir jetzt auch anfangen mit den Symptomen. Zum Beispiel hier Lähmung und Koma. Ähm, die sind beide sehr schwer zu heilen. Und jetzt Heilmittel, ja, das ist um vier Prozent runtergegangen. Was sehr schön ist. Äh, Angola macht hier ein bisschen Probleme jetzt. So. Ähm, ja, da haben wir auch fast eine Million jetzt. Aber, ähm, das klappt noch nicht ganz. Botswana ist auch ein bisschen schwierig. Aber da sind wenige Einwohner. Deshalb müssen wir mal gucken. Nekrose ist schon sehr tödlich und auch noch ansteckend. Also holen wir uns das mal. Und, äh, hämorragischer Schock. Ja. Ähm, komischer Name. Aber gut. Das verdoppelt unsere Tödlichkeit fast. Also das wollen wir auf jeden Fall haben. Und hier haben wir zwei Millionen infiziert. Das wird auch wahrscheinlich das letzte Land, das wir infizieren werden. Und wir haben fast fünfzig Prozent, äh, Heilmittelforschung fertig. Das heißt, wir sollten jetzt wirklich anfangen, die Leute umzubringen. Wir haben hier sieben Millionen. Okay, jetzt werde ich auch langsam, äh, hier die, das vollständige Organversagen holen. Das hat mehr als das Doppelte im Vergleich dazu. Also, da haben wir es. Und jetzt ist unsere Krankheit sehr, sehr viel tödlicher geworden. Wir haben jetzt schon ein Viertel der Welt getötet und wir kriegen noch mehr Punkte dadurch, dass die Forschung betreiben. Äh, die gesamte Menschheit ist infiziert. Das ist sehr schön. Jetzt können wir hier rückentwickeln. Aber leider nicht ganz so schön, weil wir eben nur noch diesen einen DNS-Punkt bekommen. Aber egal, wir holen uns hier diesen Schock da. Und wir haben fast die Hälfte an Tödlichkeit erreicht. Jetzt fehlen hier zum Beispiel innere Blutung noch oder systemische Infektion. Aber die können wir uns erst holen, wenn noch mehr Personen gestorben sind. Und zwar holen wir uns das jetzt. Innere Blutung ist tödlicher. Dann sollte das klappen. Da kriegen wir noch ein paar mehr Punkte. Und Tumore 25. Hier haben wir nur 20. Und nehmen wir uns dann erstmal die Entzündung und dann hier die Anfälle. Und gehen dann hier außen rum. Also auf der linken Seite. Ja, aber wir haben auch schon einen Großteil der Welt umgebracht jetzt. Wir werden ein bisschen warten müssen, bis wir die Punkte bekommen. Okay, das klingt nicht so gut. Die haben ein bisschen die Gene manipulieren können. Aber es sind so gut wie alle tot. Und dann nehmen wir hier die Anfälle, weil die ein bisschen tödlicher sind. Und wir haben nur noch eine Million Menschen. Und ja, Spottilepsis wird die Menschheit vernichten. Und wir haben gewonnen. Äh, Krankheitsverlauf. Ja, sieht ziemlich gut aus. Weltverlauf. Wir müssen diese Infektionsrate oben halten. Auf jeden Fall. Äh, das mit der Tödlichkeit sieht sehr gut aus. Ihr seht, der Graf ist sehr stark gestiegen. Hat sehr schnell alle umgebracht. Heilungsverlauf. War ein bisschen mehr Heilung, als ich mir gewünscht habe. Ähm, 654 Tage. Das heißt, wir haben unseren Rekord gebrochen von 720. Und wir haben auch jetzt zwei von diesen Punkten da. Ähm, ja, neuer Rekord. Sehr schön. Und ich würde sagen, das war's auch fürs Erste. Ähm, wir sind hier schon bei 18 Minuten. Also, das ist auf jeden Fall, ähm, eine schöne Folge gewesen. Wenn ihr mehr wollt, dann, äh, lasst mal ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!